Uwe geil ist das Radfahren, ein uwe geiles Filmchen. Abschiege, abschiege, abschiege. D. B. Acht B. Acht bist du auch in Japan. So, dass du nicht nur mal als Ego-Uhr geil konfittieren kannst, vor allem Sachen, sondern auch mit dem Dörf. Wenn du motorisiert bist in Japan, bist du gar kein Untermensch mehr. Ah ja? Untermensch musst du sein. Ich sage ja nicht vom Status. Status kann sich das hier leisten. Aber ich meine, einfach so einen Zug brauchen und einfach immer das Gemüse und so. Das ist so mühsam. Aber ich glaube, down-down-out. Ja, ja. Ich weiß es genau auch. Ist gestern, irgendein Typ hat der Reise geschlagen. Was hat er? Ein Typ hat er gestern Sitzflogen. Was? Ihr habt einen typisch Sitzflogen. Ah ja. Ich habe einen Japaner. Ich bin ein Europäer. Nein! Ich weiß nicht, ob du das einigst. Ich hab ihn noch nicht gesagt. vagy auch hier. Also, ich kriege mich mit Ihnen. Sehr gut.